Hier kommt eine gute Nachricht. Nach der erfolgreichen Wiederaufführung des ersten Teils folgt nun der zweite Höhepunkt der berühmten Serie. Winnetou, nach dem weltbekannten Roman von Karl May. Der Häuptling der Apachen und sein weißer Bruder Old Shatterhand im Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit. Das ist ja herrlich. Das Abenteuer beginnt. Schwer bewaffnete Banditen haben den Frieden gebrochen und machen Jagd auf Frauen und Kinder der Indianer. Und hier beginnt die berühmte Romanze zwischen Winnetou und der Häuptlingstochter Ribana. Was? Ihr habt sie also entkommen lassen. Wisst ihr, was das bedeuten kann? Der weiße Häuptling aus Washington schickt seine Soldaten. Die Grotte ist die letzte Zuflucht für Frauen und für Kinder, wenn Gefahr droht. Der Sturm bricht los. Sobald der Friede zwischen uns beschlossen ist, werden mein Bruder Winnetou und ich die Verbrecher aufspüren und sie erhalten ihre gerechte Strafe. Was machen wir mit den Geiseln, wenn wir über die Grenze sind? Wir legen sie um. Was sonst? Winnetou! Winnetou. Ein atemberaubender Erlebnisbericht aus dem Wilden Westen. Nach einem der schönsten Werke von Karl May entstand ein lebensechter Film mit Weltklassebesetzung. Man nennt mich Old Shatterhand. Er ist Winnetous Blutsbruder. Winnetous Herz trägt schwere Lasten. Bei der Sonne hat sich verdunkelt. Die Banditen haben ein gefährliches Ziel. Wir werden ihnen die Suppe versalzen, diesen Friedensengeln. Mit Pfeil und Bogen verteidigen die Indianer Ehre und Freiheit. Ribana hat schon als Kind gelernt, damit umzugehen. Sie haben alle umgebracht. Es ist keine Entkommen. Sie sind alle tot. Erfolgsstart eines Western-Topstars. Ich bitte euch, gebt mir Ribana zur Frau. Leutnant Robert Mariel, ich hoffe, ihr seid euch im Klaren, dass ihr dann euren Abschied nehmen müsst. Nein. Nein, Winnetou. Niemand kann uns zwingen. Ein Menschenleben gilt wenig im Wilden Westen. Keine Sorge, Sir. Aus Castle Pool ist jetzt ein echter Westmann geworden, der alle Tricks und Schliche kennt. Sag mal, was stinkt denn hier so, hm? Ich rieche nichts. Ich glaube, Mr. Hasenfuß, dass ihr dringend ein paar neue Hosen braucht. Und ihr eine neue Visage. Eine Geschichte voller Dramatik. Ein echter Karl Mayfeld. Ja! Auf, auf, denn, ihr Bleichgesichter zwischen 77. Hinein ins große Kinoabenteuer. Winnetou und All Shatterhand, die Helden des Wilden Westens, erwarten Sie. Putzen cent��는 uns, Tony. Ja, ha ha ha. Ah! Haha! manners Mann Mann Untertitelung. BR 2018